Mit 12 Jahren ist man in Asien zu alt zum Teppich knüpfen, weil die Finger zu groß werden. Du darfst aber erst mit 14 bei Nike anfangen, Turnschuhe zu kleben. Da entsteht eine Versorgungslücke von zwei Jahren, die meistens durch Prostitution gestoppt werden. Oh Herr, wir haben keine Ahnung von Sklavenhandel mit Kindern, Zerstörung ganzer Volkswirtschaften durch Börsenspekulationen und Umweltkatastrophen durch Ressourcenausbeutung. Herr, wir wissen nichts von Hermes-Bürgschaften für Staudämme und Turnschuhproduktionen in Südostasien. Herr, die meisten von uns sind froh, wenn sie sich ihr Autokennzeichen merken. Kein Schwanz kennt aus dem Stehgreifen den Zusammenhang zwischen Aktienkursen und Leitzinsen. Wir kennen ja noch nicht mal unsere Blutgruppe. Herr, wir sind so degeneriert, dass wir nicht bezahlen können, weil wir uns die vierstellige EC-Karten-Nummer nicht merken konnten. Herr, wir sind so hohl, wie wir voll sind. Die anderen hoffen auf Frieden und wir hoffen, dass man uns im Urlaub nicht entführt. Wir haben Angst, dass ihre Kinder verhungern und wir haben Angst, dass unser Deo versagt und dass man uns beim Telefonieren im Auto erwischt. Oh Herr, wir kaufen ihre Frauen und behaupten, sie würden uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Unsere weichen Väter sind die Steuerberater und UNICEF ist unser Ablass. Oh Herr, mach hoch die Tür, die Tor macht dick und die Mauern zu. Oh, denn es kommt ein Heer von wütenden, kleinwüchsigen Analphabeten und Hungerleitern über uns. Die Tutsi und Hutu werden sich gemeinsam gegen uns verschwören. Die nicaraguanischen Kaffeebauern und die Schafwirten aus Kaschmir und die kampfverbruchten Kindersoldaten aus Tierra Leone. Sie alle werden kommen, nur die NATO-Zäune krabbeln und uns hinwegfähigen wie Eldinio. Sie werden uns mit Basmati-Reis gewerfen, mit Naturreis und mit Parfum-Reis, mit Milchreis, mit Langkorn-Reis, mit Milchreis, mit Antibensbeutel-Reis und mit Puffreis. Sie werden in unseren Hobby-Kellern Darts spielen und in unseren Zwinger-Clubs zwingen. Sie werden von unseren Tellerchen essen und mit unseren blonden Töchtern in unseren Ikea-Bettchen schlafen. Sie werden auf unseren Teakholz-Möbeln gammeln, Kohibas rauchen, Tadji-Wing schlürfen und wer wird Millionär? Oh Herr, Sie werden mit unseren Geländewagen im Stau stehen und über die Höko-Steuer fluchen. Herr, wie kriegen wir in Ihren Dritt-Weltschädel rein, dass Du ein Aufsichtsratsvorsitzender bist? Machen wir es uns gemütlich, mein Herr. Lass uns leben. Vater unser, der Du bist im Himmel, gereinigt werde Dein Name. Wir sind steinreich, komm ey. Unser Wille geschehe, wie in Chile, so auch in Schweden. Ehren täglich Brot gib uns heute, vergib Du ihnen doch ihre Schulden, wie auch wir vergeben unsere Kredite. Führe keine Untersuchung, sondern gib die Erlöse uns von den Börsen. Denn wir sind reich, haben die Kraft und die Herrlichkeit. Die bleiben immer, die in Ewigkeit haben. Denn wir sind reich, haben die Kraft und die Erlöse uns von den Börsen. Denn wir sind reich, haben die Kraft und die Erlöse uns von den Börsen. Denn wir sind reich, haben die Kraft und die Erlöse uns von den Börsen. Vielen Dank.